Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Infamous First Lights mit mir, dem Sascha. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bitte nicht wundern, wenn wir jetzt Start drücken, werden wir mittendrin gleich in der Schlägerei sein. Ich bin leider in der letzten Folge dann doch noch da mitten reingeraten bei der Mission. Bei der Mission, ich habe leider, ja egal. Aktuelle Speicher, Burgerstürmung, Shanes Versteck, auch so. Okay, also bitte nicht wundern, deswegen würde ich sagen, es geht jetzt weiter. Wir sind jetzt genau vor Shanes Versteck. Bing, Essen ist fertig. Die noch mal weggekickt, super. Wir sind jetzt genau vor Shanes Versteck. Und. Gut, sehr gut, sehr gut. Ich denke mal eh, dass es wieder eine Falle sein wird. Einer ist noch da. Hallo. Gut, bevor wir da reingehen, möchte ich bitte noch mal Neon haben. Ich gehe da jetzt nicht unvorbereitet rein. Nice. Gut. Besser geht's nicht. Ich würde gerne zwar noch die Zwei-Personen-Angriffs-Dingsbums-Dinger da haben, aber ich denke eh, dass das eine Falle ist. Oder? Ah doch, wusste ich doch. Alter. Was hat der mir gerade gespritzt? Ernsthaft jetzt? Shane! Raus hier! Glaubst du mich unter Drogen zu setzen hält mich von Brand fern? Einen Ziel mit in die UPs eingehen? Dämlich, dämlich, Shane! Alter, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, verdammt, ja. Alter, Schwede, ich sehe gar nicht. Oh, was für eine Psycho-Scheiße. Was für eine Psycho-Scheiße. Shane! Nein! Willst du dich die ganze Zeit verstecken? Alter. Hast du überhaupt kein Rückgrat? Wow. Was für... Ich weiß nicht, wie hier rauskommen soll. Oh nein. Nein. Komm schon. Komm schon. Ja. Komm schon. Verdammt, scheiße. Tod. Oder irgendwas. Alter. Was zum Teufel? Ist das das Haus meiner Eltern? Was ist das? Ich erinnere mich... Voll, der Psycho... Dad? Wir können das nicht mehr verstecken, Abigail. Du hast das Mädchen verletzt. Wenn du wütend wirst, verlierst du die Kontrolle. Dein Vater hat recht. Es ist zu langem eigenen Weg. Hast du die OP zu rufen? Mich abzuschieben, weil ich ein Problem war? Ich war... Alter, was für ein Psycho-Trip ist das gerade. Mann, leg sofort auf. Das könnt ihr ihr nicht antun. Sie ist eure Tochter. Ich war noch ein Kind. Boah, was für ein Trip, ey. Geh weg. Ich kann kämpfen. Ich kann gegen euch alle kämpfen. Ich lasse dich nicht allein. Abschein. Du kannst dir nicht einfach alles nehmen, was du willst. Es ist nicht das, was ihr denkt. Mein Vorrat. Wo ist er? Oh, nein. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Oh, nein. Es tut mir so leid. Ich habe wieder halluziniert. Jade, er hat mich... Es ist okay. Es ist nicht deine Schuld. Nein. Ich brauche dich. Ich schaff das nicht allein. Fett. Es tut mir so leid. Oh, Gott, friend. Gut, wer Infamous Second Son gesehen hat, weiß ja, dass das passiert ist. Aber wenn man das so live sieht, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Oh, nein. Und dann haben meine Leute dich gefunden. Dabei hat Shane deinen Bruder getötet. Du trägst keine Schuld. Du warst außer Kontrolle. Hättest du die Chance? Würdest du ihn töten? Sofort. Sofort. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hallo, Shane. Was für ein Schmiertyp. Und zwar bis zu dem Punkt, an dem du aufgabst. Verdammt, ich bin keiner von diesen Freaks. Oh, nein. Aber wenigstens haben wir unsere Rache bekommen. Oh. Oh, das sieht nicht gut aus. Das ist dezent verletzt. Wesentlich die linke Seite. Alter, der hat das überlebt? Na ernsthaft? Das ist so großartig, mein Mann. Steilf. Oh, ja. Ich kann natürlich gerade gar nichts machen. Ich bin verletzt. So ein Rohrkrepierer kriegen wir gar nichts. Ich weiß nicht, wie wir Shane damit aufhalten sollen. Was soll das ich mal kriegen? Da oben ist er. Der rote Punkt auf der Minimap. Das Metall sieht ziemlich gut verschraubt aus. Ich muss es langsam angehen. So ein Dreck. Langsam, wir wollen diesen Typen kriegen. Na komm. Na komm. Jawohl. Weiter geht's. Komm schon, Abigail. Komm schon. Ah, da hinten kommen wir auf die Brücke. Sehr gut. Komm schon, Abigail. Komm schon. Ja. Komm. Komm. Weiter. 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 Los. Kämpfe. Ist ne Kämpferin. Los. Los. Hoch geht's. Okay. Doch nicht so weit hoch. Ah, da ist ein Leiter. Komm schon, Abigail. Abigail. Komm schon, du schaffst das. Halte durch. Du kriegst noch deine Rache. Außerdem wissen wir ja, dass du überlebst. Weil Infamous First Light spielt ja vor Infamous Second Light sein. Verfolge noch APC 13, aber keine Spur von Walker. Wenn ich natürlich jetzt für irgendjemanden hier spoilere, das tut mir echt leid. Dann schaut euch eigentlich einfach mein Let's Play von Infamous First Second Sun an. First Second Sun. Hm, na ist klar. Also Infamous Second Sun an. Ah, da hinten muss man hin. Wobei ich das leider ja nicht, oder beendet habe, aber leider nicht bis zum Ende Let's Playen konnte. Weil man wieder, aua, meine GameCapture HD abgekackt ist und leider ist der Speicherpunkt schlecht gesetzt gewesen. Hallo. Die kennen wir ja schon. Aber ein rosa? Bisher kannte man die nur im blau. Muss kaputt sein. Hm. Wir wissen ja, dass Delsen da Energie rausziehen kann. Wenn wir das Ding irgendwie... Ah, ich würde den Stein nachwerfen, aber so wie das fliegt, würde ich es wahrscheinlich eh nicht treffen. Na komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja! Nice. Was für ein Zufall. Und? Jawollah. Ja! Ich mag das. Ah! Ah! Hallo, liebe Stiupi! Ich bin da! Drücken Sie, um die Nähe und Singularität einzusetzen. Na, sehr, sehr gerne. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Auf Verstärkung der Station. Alter, wie ist den Turm zusammen... Hahaha. Nice. Ah, wie die rumfliegen da? Alter, Schwede. Huch, da haben ein paar überlebt. Na, du wirst doch wohl nicht... Unhöflicher Typ, du. Na? 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 Es ist sehr, sehr unhöflich von euch. Ich bin eine Lady. Also nicht ich jetzt. Erlischt. Hallo Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er Willkommen her Na komm her Die sind so rumwirbelt, ist ja geil Wo ist denn der andere? Wie sie gerade auf die Fresse gehauen hat Mutternbrand Warte mal ganz kurz Das nehmen wir natürlich noch mit Nice Weiter geht's Zentrale, Delta ist erledigt Wiederhole, ausgelöscht Keine Spur von Walker Blödes Eis Boah, schön hier Guck mal wie schön das aussieht Am Eis kommt sie nicht hoch Na geil Zentrale, wir verfolgen das Ziel auf der 104 Sofort Sperre einrichten und den Kerl festnageln Einsatz von Gewalt nur im absoluten Notfall Verstanden Das ist ja die Finger von ihm Die gehört mir Diese Drohnen schenken wir uns jetzt mal Na komm schon Wo seid ihr Geil Ach scheiße Verdammt, das war einfach zu ungeplant Weil ich da runtergejumpt bin Ich müsste erstmal hier oben stehen bleiben Und von oben Bis jetzt snipern Kommt ihr hochgesprungen oder Traut euch nicht Ach das sind sie ja Haha Na komm Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz Dich auch noch Aber du fliegst ja nicht so weit Gut, dann können wir ja wieder hier runter Walker südlich von Abfahrt 104 gesichtet Laget sie fest Verstärkung ist bereits zu euch unterwegs Neues Ziel gesichtet Sichtkontakt verloren Hallo, wo seid ihr Versteckt euch doch nicht Alter Mit nem Flug Nicht den Hang runter Wah, das sind ja richtig viele da Alter, wie viel sind das So Ups, Salah, Awa Wirft doch wieder einer mit Stein. Da ist er doch. Da unten ist auch noch einer. Kommst du hoch oder soll ich runterkommen? Ups, da ist er. Ach man, na gut, da komme ich runter eben. Ganz kurz. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. Ups, ich habe gerade die Kopfhörer die ganze Zeit runter. Gut, da hinten ist der nächste. Ach, der wirft wieder mit Stein. Ein Timmungs-Team eingetroffen. Nehm jetzt Verfolgung von APC-13 auf. APC-13, sofort das Fahrzeug anhalten. Hört hier eigentlich irgendjemand den Funk ab? Warum ist Fetch denn wohl auf dem Kriegsbad? Sie ist hinter mir her. Fahrzeug anhalten oder wir öffnen das Feuer. Wenn ich anhalten hätte, wenn ich mir meine Richtung vorlesen lasse, sind wir tot. Ich werde also Reiter fahren und mich schön weiter verfolgen lassen. Aber ich muss wirklich weiter von diesem Mist stecken, alles klar? Ja, äh. Ist doch gut so. Da muss ich lang, da muss ich lang. Ah, da gibt es noch mehr. RU-Terror ist für die Dördifizierung. Äh. Oh Gott, das sind diese großen Viecher. So, sonst noch irgendwie jemand eine Frage? Oder auch nicht. Hätten wir es auch geklärt. Kontakt zum Eindämmungsteam verloren. Die Gefangene muss in einer der Seitenhüllen verschwunden sein. Hubschrauber neu formieren und einkreisen. Over. Ernsthaft? Jetzt noch mit Hubschraubern? Oh, ich sehe gerade 20 Minuten wiederum. Ja, meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, meine lieben Zuschauer, dann bitte Daumen hoch. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, so wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Let's Play Infamous First Lights mit dem Sascha. Mit mir, bis dann, ciao. Bis jetzt, ciao. Okay.